Seit Jahren ist die kleine Sporthalle in Nerchau ein gern gesehener Austragungsort eines nun schon seit 31 Jahren stattfindenden Kunst-Events. Immer wieder lädt die Abteilung Radsport des Nerchauer SV befreundete Radakrobaten zum Gewerbepokal ein. Auch in diesem Jahr folgten acht Vereine bereits am 1. Juni der Einladung von Abteilungsleiter Jürgen Eschke. Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Gewandtheit, welchem Mut und welcher Konzentration die Sportler ihre Übungen auf einem doch recht ungewöhnlichen Sportgerät absolvieren. In diesem Jahr machte eine in Nerchau recht selten zusehende Formation den Anfang im Kampf um den Gewerbepokal. Die Juniorinnenmannschaft vom RFV 1900 Wiednitz bestach im Sechser-Kunstradfahren. Ohne jegliche Konkurrenz war ihnen der Siegesplatz schon sicher, trotzdem gingen sie recht konzentriert an die Abarbeitung ihrer Übungen. Auch wenn nicht alles perfekt war und von ihren eingereichten 111,3 Punkten doch einige Punkte abgezogen werden mussten, die Sechstplatzierten der Deutschen Juniorenmeisterschaft beendeten unter großem Applaus ihre Darbietung. Auch im Viererkunstradfahren gab es leider nur ein Team, welches den Kampf um Punkte aufnahm. In der offenen Klasse der Schüler U15 zeigten die Nerchauer, was sie bisher erlernt haben. Dies konnten sie bereits in Worms bei der Deutschen Meisterschaft unter Beweis stellen. Hier sicherten sie sich mit ihrer Darbietung den sechsten Platz. In Nerchau war es mit 31,5 Punkten Platz 1. Aber nicht nur im Team bestachen die Radakrobaten. Bei den Schülern der U11 gingen zehn Sportler an den Start. Unter ihnen war auch der Nerchauer Leopold Dörfeld. Mit einer eingereichten Punktzahl von 27,7 wurde er als vierter Starter vom Sprecher Klaus Reibestein auf das Parkett gerufen. Mit nur 2,22 Punkten Abzug lieferte er eine fast perfekte Abarbeitung seiner eingereichten Übungen in dem fünfminütigen Wettkampfauftritt ab. Am Ende schob er sich damit auf den Bronzeplatz. Etwas besser, aber auch mit einer höher eingereichten Punktzahl für seine Darbietungsreihenfolge belegte Felix Locke vom RV Germania Oberschindmaß Platz 2. Den Goldplatz in diesem Starterfeld erfuhr sich Nils Weber vom Nerchauer SV. Von den eingereichten 40,3 Punkten wurden ihm nach einigen unsauber ausgeführten Übungen 35,58 gutgeschrieben. Es schlossen sich viele sehenswerte Darbietungen an, welche vom fachkundigen und begeisterten Publikum mit viel Beifall bedacht wurden. Auch Oberbürgermeister Matthias Berger weilte einige Zeit unter ihnen und konnte sich so von einem guten Auftreten der Nerchauer Radsportler überzeugen. Neben den bereits genannten konnten so zum Beispiel der U19-Fahrer Richard Wittig mit Platz 2 und die Juniorenstarterin Jasmin Wittig mit einem dritten Platz auf dem Podium Platz nehmen. Zum Gewerbepokal gehören aber nicht nur die Kunstradfahrer, denn einen Tag später kämpften die Radballer um diesen Pokal. In diesem Jahr stellten sich acht Mannschaften der Herausforderung durch viele Tore am Ende ganz oben auf dem Podest zu stehen. Unterteilt in zwei Staffeln wurden bei einer Spielzeit von 2x6 Minuten die Vorrundenspiele gestartet. Thorsten Schäfer und Thomas Berger vom SV Einheit Mutschen gegen Martin und Dominik Wirkus vom Hoburger SV hieß das Auftaktmatch. Mit prominenter Unterstützung durch Olympiasieger Philipp Wende im Rücken gingen die Hoburger in Führung. Noch im ersten Spielabschnitt sollten die Mutschener nach dem Ausgleich dann die Führung übernehmen können, welche sie auch im zweiten Spielabschnitt nicht mehr aus der Hand gaben. Mit 4 zu 3 sicherten sie sich die ersten Punkte dieses Turniers. Im zweiten Spiel standen sich der Gota HRSV 1998 und die SG Niederlauenstein gegenüber. Max Krech und Michael Goertz gaben in diesem Aufeinandertreffen dem Team Florian Wagner und Emanuel Riel nicht einen Hauch einer Chance. Bereits in den ersten sechs Minuten konnten sie den Ball dreimal im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Durch zwei weitere Treffer im zweiten Spielabschnitt fuhren sie mit 5 zu 0 als Sieger vom Parkett. SV Leisnig gegen Nerschauer SV 2 duellierten sich als Nächste. Das noch junge Nerschauer-Team Christian Ulbricht und Vassja Walter spielten an diesem Tag zum ersten Mal zusammen. Auch wenn in der Abstimmung noch nicht alles perfekt lief und die Gegner Ralf Wetzig und Paul Kunze die Führung übernehmen sollten, konnten die Nerschauer Post wendend ausgleichen. Gegen das erfahrenere Team aus Leisnig hatten sie jedoch kaum eine Chance. Ihnen sollte jedoch im zweiten Spielabschnitt nochmals der Ausgleich zum 2 zu 2 gelingen, bevor dann die Leisniger durch zwei weitere Treffer mit 4 zu 2 den Sieg einfuhren. Zwei Mannschaften fehlten nur noch in diesem Turnier. SV 1870 Groß Olbersdorf, vertreten durch Markus Kropath und Paul Mähner, trafen auf den Nerschauer SV 1 von Mario Günzel und Michael Koch. Das Nerschauer-Team musste bereits im ersten Spielabschnitt zwei Gegentreffer hinnehmen. Dieser Rückstand wurde dann in den nächsten 6 Minuten Spielzeit noch weiter ausgebaut, bevor Nerschauer auf 1 zu 3 verkürzen konnte. Trotz großer Anstrengungen schafften sie es nicht, sich noch weiter erfolgreich in Szene zu setzen, so dass am Ende der 12-minütigen Spielzeit die erste Niederlage hingenommen werden musste. Sehenswerte Spiele mit vielen Toren schlossen sich im weiteren Verlauf dieses Turniers an und so konnten sich dann nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Vorrunde die Halbfinale und Platzierungsspiele anschließen. Im ersten Halbfinale unterliegen die Spieler von Hoburg dem guter Gegner mit 2 zu 5 und im zweiten schaffte Groß Olbersdorf durch ein 3 zu 2 gegen Mutschen den Einzug ins Finale. Im Spiel um Platz 3 führten die Hoburger gegen die Mutschener schon mit 2 zu 0, doch sollte hier Mutschen das Spiel nochmals drehen können. Nach zwölf gespielten Minuten sicherten sie sich mit einem knappen 3 zu 2 Sieg den dritten Platz. Am Ende ihres langen Tages standen sich im Finale die Spieler des Gothaer HR SV und des SV 1870 Groß Olbersdorf gegenüber. Durch drei Treffer im ersten Spielabschnitt erspielten sich die Gothaer einen klaren Vorteil. Nach diesem 8 zu 3 Sieg konnten die Spieler vom Gothaer HR SV 1870 den Pokal in Empfang nehmen. SV 1870 Groß Olbersdorf, SV Einheit Mutschen, Hoburger SV, SG Niederlauterstein, SV Leisnig und Nerchau 1 und 2 folgten auf den Plätzen. Zwei Tage Radsport vom Feinsten, organisiert von einer kleinen, doch erfolgreichen Sportabteilung, welche nicht so oft im Rampenlicht steht, endeten dann am späten Sonntagnachmittag und lassen auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr hoffen.